Hallo Tillichom, zurück zu Let's Play Mara 64! Juhu! Ah, ich hab mich mal ein bisschen ausgeruht, jetzt wird's wahrscheinlich besser gehen! Es geht in die letzte Mission dieser Wasserwelt vor meiner Nase! Wet by World! Das heißt auch, die 100 Münzen sammeln ohne Ende! Juhu! Quick Quest to Downtown! Ja, das ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt Münzen sammeln zuerst. So, dann wollen wir mal anfangen! Ja, da wären schon mal drei. Ich dachte mir, das wären vier, aber okay. Quick Race in the Downtown. Was war denn das nochmal für eine Mission? Äh, was war denn das für eine Mission? Leute, ich weiß das jetzt wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, einmal jede Münzen sammeln. Alle Münzen! Das ist jetzt mal das Wichtigste an dieser Mission. So, wo war denn nochmal alle? Moment, kann man schon sagen? So. Das hier weg, du-du-du. Hier hoch, oi! Juhu! Jetzt geht's hoch hier! Ach, so kann man da auch hoch! Ah, okay! Das weiß ich fürs nächste Mal, dass man da auch hoch kann. Auch anders, sagen wir mal so. So, jo. Ja, die Mission habe ich schon mit 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich schon. Ich habe schon 36 Münzen. Das geht ja richtig fix am Anfang immer. Aber ab 70, glaube ich, zieht es sich immer ein bisschen mit den Münzen sammeln. Ja, sagen wir mal ab 70. Und ich schaue jetzt mal, wie hoch der mit dem Wandsprung kann. Das interessiert mich ja so ein bisschen. Ah, das geht besser. Das geht besser. Ich brauche nur bessere Kammelstellung, da geht's. Moment, hau! Komm schon, Mario. Au! Wacker! Hey! Hey! Go, go, go! Jetzt geht's da hoch, Mann! Wuhu! BAM! Ich glaube, wenn man das richtig macht, dann kann man da ganz hoch zur Kanone. Also kann man die andere Mission, das ich vorhin gemacht habe, auch ohne Kanonisch, äh, ohne Hochzug. Ohne Hochwasser, sagen wir mal so. Schaffen. Ohne Hochwasser. Jo, man lernt nie aus, würde ich mal sagen. Mit dem Wandsprung. Yeah, so einfach hoch hier. Oh, danke sehr. So, dich brauche ich auch mal. Nein, nicht so schnell, Freundchen. Mach mal Pause. Mach mal halb lang. Zieh dich auf. Ich muss mich herher. So, nein. Bisschen weiter. Uh, jetzt muss ich auch passen. Ein Schlagknopf und ich darf das Ganze nochmal machen. Uh, ha, ha. Gibt es hier irgendwo noch Münzen? Gibt es hier noch Münzen? Ah, ja, ich glaube, in diesen Foxen. Hier, schau mal rein. Bam. Ja, hier sind noch Münzen, Leute. Hier sind noch Münzen. Gut, wenn ich noch mal aufgerhalten habe. Oh, yeah. Ich glaube, hier ist noch auch was. Oh, ja. Münzen. Münzen! So Münzgeld! Yeah! Wir sind alle zu Münzgeld! Nice! So, das reicht's wieder. So, ah, hier kann... Wann ist der Stand kregen? Mach ich mal. Oh, hier! Du Wasserstand! Aber wie war die reguläre Mission hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, ich werd's schon finden. Ich werd's schon finden. Und das Letzte ist werden, was ich tue. So, jetzt ganz chillig hier rüber. Und damit hab ich schon wie 63 Münzen. Ich glaube, da unten, oder? Ah, ist der Stern da unten? Nee, das kann nicht sein. Oh mein Gott, das muss überprüft werden. Das muss überprüft werden, aus der Stelle, den ich gerade im Auge gesehen habe. Ich glaub nicht, den hab ich ja schon. Zumindest hab ich was geglaubt. Schau mal. Ähm, nein, okay. Och, 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 und... Nicht da drunter Mario! Da hoch, Mann! Ist der halt wieder mal bestritt, Stutziger? Dafür macht's mir Spaß dieses Mal, Leute. Ich hab einfach ein bisschen Pause gebraucht, äh, wieder mal vom letzten Part zu diesem Part. Auch wenn ich sehr viel Pause mache, gerade. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, jetzt mal. Ich glaub, das hat man auch ein bisschen gehört an meinem Kommentarstil. Oh yeah. Aber jetzt hab ich meinen Vorsitz. Komm schon. Nein! Komm schon. Yeah, so. Das hier wird überprüft werden. Okay, Münzen. Ich dachte, hier wird ein Stern. Okay, aber Münzen sind auch wichtig. Münzen sind genauso wichtig wie die Sterne. Ja, das andere sagt, es wird gehauen. So, die war das, ne? So, jetzt hier rüber. Und? Okay, weiter. Einfach weiter. Nicht darum kümmern, einfach weiter mit uns zusammen. Die Mission kümmere ich mir später. Was war das noch mal? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hatschi! Ins Wasser hinein, ins kühle Nass, genau. Wie warm ist dieses Wasser wohl? Angenehme 16 Grad oder angenehme 8 Grad? Auf jeden Fall unten, ganz unten, sollte es nach physikalischem Gesetz 4 Grad haben, außer es ist geheizt. Ja, das ist die Physik, die man da auch keiner verstehen, aber Hauptsache sie gibt es. Hatschi! Was war das, Hatschi! Hatschi! Das ab! Beziehungsweise diese Münze, ich vergesse bitte! Alle Münzen brauche ich! Alle Münzen. ich weiß nicht ob man nicht verbrennen nicht mal kumpel herr mal kumpel der kumpel hilfe mal 73 77 ok da oben sind auch noch ein paar also da oben das einige 86 86 ich glaube das ist eine hinuntergefahren 87 und nein schnell schnell bevor sie verschwindet oder ist sie schon weg die hatte ich schon weg leider also nicht alle mit verpasst hat dann weiß ich wo sie hin ist hier ist verschwunden eigentlich die acht runden münzen zu 100 münchen challenge das würde ich jetzt auch noch gern wissen ansonsten muss ich ja diese mission einfach noch machen ist kein ding er ist auch kein ding extra macht spaß hier eine box weiß ich noch immer die bisschen mehr mix der keller musik die einfach nur geil ist okay jetzt aber ich bin das sammler ich bin zum sammler mutiert von kämpfer zum sammler mario der mutant neue projekt mario ich glaube es geht sich aus leute wer sind wirklich 99 dann dann geht es aber ab da muss ich nämlich die roten münzen zu gehen und die sind nicht gleich zu der wischen und hier so langsam 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 jetzt schnell darüber stopp stopp so diese münzen nehmen das geht sich aus das geht wo fällt alle hin 98 jetzt muss ich näher sein wo sind die anderen zwei münzen hier ist eine 98 99 wo ist die münze wo ist die letzte münze wo ist die letzte münze wo ist die letzte münze was ist das denn bitte 99 wer würde mich denn bitte hier tissen ich bin's mario ich will dich voll tissen ich will dass du richtig fällst das lächerste let's play zeigst und alles andere aber es gibt noch eine möglichkeit an münzen zu kommen nämlich diesen gegner hier zu töten bleib stehen komm her komm her ich dachte ich muss jetzt aber nein ist nichts heute und ich weiß wo die letzte oder letzte stern ist ist jetzt eingefallen der ist und diese mission aus nicht zu erreichen ich werde es probieren man muss nämlich dort wo die rotmünze sind ich habe ja jetzt beide schon gesehnten sternen da muss nämlich dahin unter dem balkan im ansprung von wasser ausmachen das interessiert mich jetzt mal kann ich einen ansprung von wasser ausmachen ich glaube ich das geht nicht ich glaube das geht nicht leute aber werden kann man es ja es geht nicht das geht nicht da muss ich dann wasser stand nämlich gar und macht jetzt damit ich zur kanone hoch kann ich bin auch nicht gerade schnell aber hauptsache ich kann schwimmen egal wie schnell hauptsache man kann es nicht sagen für notfehler ist es immer gut schwimmen zu können die nicht immer tun mir eigentlich sehr leid muss ich sagen die haben hat verpasst ich bin mir macht spass sei zwar genau verpasst das ist schwer leute das ist richtig schwer ich würde einige versuche brauchen bis ich wahrscheinlich also alle sagen das schaffen wir ja nein das geht ja das geht nein wieso hat es den letzten sprung bei letztem hatte sollte nur beim letzten und so natürlich ist ein geiler bart ne aber wir auch gestern hier noch wirklich beim letzten versuch sagt mir das bitte voll dass das muss derzeit ja 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 dann werde ich das sicher landen können das ist jetzt eine strömung ich glaube ich jetzt verkacken dann schon genau rein nein in die ecke jetzt er wie geil wie geil wie geil als er sie nichts sagt und ein teleporter ist aber genau in der ecke verrecklich da saß verrecken in der ecke so endlich sollte ich das mit wandsprung noch mal machen er sagt so hier war es ja genau in der ecke das muss man auch mal kommen leute alter schwede ich schaffe es hin und dann genau in der ecke ich kann nur darüber lachen ja 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 passt 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 ja so es gehört genauso jetzt noch ist perfekt vor allem was ich das ist ein lacher wird aber der das ist er voll der lache meine güte mehr gibt es dazu nicht zu sagen halt der part ist ja jetzt schon episch was wäre denn wenn der part mindestens zwei sterne hat ich mache in jeden fall das mindestens zwei sterne egal wie lange er tat leute ich mag das sondern braucht nämlich die grüne kappe für die mission und auch die blaue also eine art kombinieren die zwei kappen teil 2 ernsthaft das wirklich so und es kappen gesagt kappen hallo die kann man nicht auch machen okay dann muss ich hier das wasser unterlassen ich halte ich dachte das kann man okay ich habe und doch wie komisch egal aktivieren und jetzt die blaue kappe ich kenne mich hier wieder aus so blaue kappe nehmen die unsichtbarkeitskappe und jetzt schnell sein sollte schnell sein und das ist viel zu langsam viel so langsam das geht schneller und ich habe schon verkackt dann nochmal neu start bitte nochmal ein timer bis jetzt aber muss nämlich schnell zur anderen seite so und haha geht doch wie komme ich jetzt so hoch also muss warten bis aufhören ja das mit mannspruchung hoch da oben ist der verdammt stern was soll das denn bitte ich dachte der wäre schon aus leider hält noch eine sekunde man heute habe ich mein spaß meine güter ihr hoffentlich auch weil die zuschauer und hier ja das ist es geht richtig los hier so jetzt warten jetzt warte ich aber warten 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 und jetzt sei jetzt aber das geht 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 da mein ansprung oder ich glaube es ist die kamera jetzt ist es besser das ist hier so eng ich komme da hier ist die wand leute hier ist die wand da fehlt ein halber meter auch interessant ich glaube das geht von hier aus nicht ich glaube ich muss ich wieder raus weil hier die blaue kappe ist nein das geht sogar das geht sogar ich muss nur warten nur geduld haben leute ausgehört nur geduld haben wir haben ja lange zeit ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich habe den block aktiviert ich weiß ich hab's kapiert können wir wieder auswählen zu bieten danke sehr so dass wirklich die wand leute ein halben meter bevor hier man überhaupt was sie dort geht doch aha stelle muss 97 nach 15 minuten ganz schön lange nächstes habe ich die welt abgeschlossen man oder ja sie ist abgeschlossen leute gut dann gehe ich noch einen stellen wie noch machen einstelle wie ich noch machen einer geht noch einer geht noch leicht einer geht noch und das ist in dieser welt genau nicht hinein ha 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 jetzt macht es mir spaß so was haben wir wie ist die röse mountain sein stimmt das war da wo ich gestritten habe der ist oder nicht ich gehe mal davon aus dass es der ist der kopf habe ansonsten mache ich jetzt den sechsten mache es doch nichts man kann doch die reihenfolge der sterne ist doch hier sowas von egal ha 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 ca hier gibt es ein kleines verstecken man sagen ja ja schon mal angesprochen die drei seite ein folger ziege wird das muss man erst mal erkennen das ist hier überhaupt es gibt leute ein becher von kippen hier ist eine bombe irgendwo stimmte bombe muss ich auch noch ansprechen wenn der kanone ohne kann ohne komme ich nicht zum stern hin also wenn wir die bombe die bombette oder wie sie auch immer heißt und bitte was ja ein paper mario was ein geiles spiel ob ich jetzt lehre weiß ich noch nicht paper mario paper mario 2 paper mario stickers da ist auch ziemlich nice wenn man das hier ob ihr euch für paper mario interessieren würde würde das problem bei paper mario ist naja es ist eine andere geschichte ich werde die kanone für dich vorbereiten wir wollen alle geschichte hören bettabon bett okay das kommt später egal die kann uns bereit gut dann gibt man bett der augen der zogier rutsch na kam ich da nicht hoch geht nicht okay muss ich darunter macht spaß hinunter hinauf hinunter hinauf und dauernd bei der welt sich rumzuspielen so die kanonen die kanonen sind geöffnet meine damme herren bitte nachladen und dann feiern auf jeder schuss muss setzen da unten sieht man einen weg dann kann ich alles von hier nicht erreichen wie ihr seht okay man kann schon da muss man ziemlich crazy springen dafür leute ich bin jetzt nur einmal geschaffen werde ich nie wieder probieren weil das hat wirklich sehr viele versuche gekostet oh yeah so und rüber da tü 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 ich bin bald ein secret moment das war falsch so hat sie das war irgendwo hier in der nähe ja ja ich bin schon in der nähe in der nähe und stopp nämlich hier ist irgendwo eine wand leite da kann man rein ich glaube die hier was ja da ist eine wand da kann man rein da denke wo sich what the hell ja leute willkommen bei einer neuen rutsche die geilste rutsche und auch eine ziemlich gefährliche oh yeah du 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 und er sagt rechts nach rechts so aufpassen hier aufpassen einer der schweren rutschen hier ich glaube auch die schwerste im gesamtspiel muss man ganz schön aufpassen ich bin immer erst mal spielen und bin auch beim zweiten, dritten, vier, fünften Mal sicher noch zehnmal runtergefallen das ist ganz schön hart und da ist man spiele kann man gar schon probleme kriegen und springen genau ins lach hinein so und willkommen in der stern yeah stern nummer 98 hi ha war es der richtige müsst ihr euch mal seid ja leute das war er das war der stern den ich hier gesucht habe 50 55 münzen waren das ok wenn ich in dieser Welt münzenprobleme habe dann weiß ich wo ich hin muss in das zirkel rein juhu leute ich hoffe es hat euch gefallen genauso wie mir es spaß gemacht hat hier zu spielen bis zum nächsten part und ich werde hier gleich weit umnehmen ich mache gerade so viel spaß juhu wenn es so viel spaß macht macht es hier gleich doppelt so viel fahren es auch anzusehen auch selber mal darüber nachdenken yeah es war ein geiler paar wieder mal nicht so ein langweiliger juhu ok Leute wir sehen uns wieder ja ha 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 ha